Hallo ihr Lieben, heute bin ich endlich hier, um das Jenny Maynoyen Spotlight-Video zu drehen, das ich euch schon vor Monaten versprochen habe. Solche Autoren oder Autorinnen-Spotlight-Videos sieht man relativ selten auf Booktube und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass sie ziemlich aufwendig sind und dass man irgendwie so das Gefühl hat, man dürfte so ein Video erst drehen, wenn man das Werk eines Autors oder einer Autorin wirklich gut kennt und wirklich Experte ist oder so ähnlich. Ich hatte definitiv dieses Gefühl und vielleicht ist dieses Gefühl ein bisschen fehlgeleitet, vielleicht sollte man schon viel eher sich trauen, solche Spotlight-Videos zu drehen, ohne Experte zu sein. Aber bei Jenny Maynoyen habe ich dann festgestellt, habe ich das Selbstbewusstsein, so ein Video zu drehen, denn sie ist eine Autorin, die ich mit, ich glaube, mit 15 Jahren entdeckt habe. Ich glaube, ich war 15, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe und seitdem bin ich großer, großer Fan bis heute. Ich habe ganz aufmerksam all die Jahre über ihr Schaffen verfolgt, ihren Werdegang verfolgt, alles gelesen, was ich im Internet über sie finden konnte, jedes Interview, das ich finden konnte und ich bin heute hier, um euch einen Überblick über ihr Werk zu verschaffen. Ich habe mir fünf grobe Kapitel überlegt für dieses Video. Ich würde gerne damit einsteigen, dass ich euch ein paar Eckpunkte zu ihrer Biografie sage. Dann würde ich im zweiten Teil euch gerne erzählen, was ich an ihrem Schreiben so sehr mag. Im dritten und wichtigsten und größten Teil des Videos werde ich euch einen ganz kurzen Überblick über alle ihre Bücher geben. Ich werde die Bücher inhaltlich nur ganz kurz anteasern und ich werde ihnen inhaltlich nicht gerecht werden, das sei einmal vorweg gesagt. In all diesen Geschichten steckt noch viel, viel mehr, als ich jetzt in wenigen Sätzen sagen kann. Das sollte euch bewusst sein. Aber das ist der dritte Teil des Videos. Viertens werde ich euch erzählen, was meine fünf Lieblingsbücher von Jenny Maynoyen sind und fünftens und letztens werde ich euch ein paar Empfehlungen geben, was meiner Meinung nach vielleicht die besten Einstiegspunkte sind, um ihr Werk zu erkunden. Wenn ihr noch nie etwas von Jenny Maynoyen gelesen habt und gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, dann gebe ich in diesem Teil des Videos ein paar Empfehlungen. Und ja, das sind zum Teil andere Bücher als meine persönlichen Lieblingsbücher. Fangen wir also an mit der Frage, wer ist eigentlich diese Jenny Maynoyen? Sie heißt eigentlich im echten Leben Jenny Maynoyen. Es gibt also noch ein G im Namen, bei dem der Verlag ihr allerdings geraten hat, das für die Cover ihrer Bücher einzusparen, weil ihr Name dann für die deutschen LeserInnen besser aussprechbar ist. Sie ist als Tochter deutsch-vietnamesischer Eltern 1988 in München geboren und hat schon sehr früh geschrieben und dann mit 18 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht. Eine Zeit lang hat sie Filmwissenschaften in New York studiert, das Studium allerdings nicht beendet, sondern ist dann nach Deutschland zurückgekehrt, nach Berlin gezogen und studiert dort Philosophie und schreibt. Und nach eigener Aussage möchte sie genau das, nämlich Studieren und Schreiben, so lange wie möglich weiter tun. Bei dem Punkt, was ich so gern mag an ihren Büchern und ihrem Schreiben, ist auf jeden Fall ihr einzigartiger Schreibstil zu nennen. Sie hat ein unglaubliches Talent dafür, sprachliche Bilder zu schaffen, die ganz, ganz viel Gefühl rüberbringen und die man so nirgendwo anders liest. Sie hat auch ein großes Talent dafür, mit ihrem Schreiben uns die Welten, die sie erschafft, mit allen Sinnen erfahren zu lassen und Atmosphäre zu schaffen. Sie schreibt vor allem Fantasy. Das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt. Also sie schreibt vielleicht nicht nur Fantasy, aber hauptsächlich. Und was ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass sie so eine schöne, klassische High Fantasy schreibt. Es ist ja so, dass ich durchaus auch Fantasy liebe, die ganz andere Arten von Geschichten erzählt. Aber mein Herz schlägt doch sehr für diese klassische Elfen, Drachen, Magier, Zwergen, High Fantasy. Und genau das bedient sie halt, erzählt aber in diesen klassischen High Fantasy Welten ganz originelle Geschichten. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und etwas anderes, das ich an ihrem Werk ganz großartig finde und das man sonst, finde ich, in der deutschen Fantasy nicht so viel findet, ist, dass sie auch immer tiefere Bedeutungsebenen oder fast immer tiefere Bedeutungsebenen in ihre Geschichten einbaut. Sie nutzt ihre Fantasy gerne dafür, irgendwie Gesellschaftskritik auszusprechen oder Kritik daran, wie wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen oder große Fragen des menschlichen Daseins auszuloten, so wie das auch die hohe Literatur macht. Fragen danach, was ist der Sinn des Lebens oder sie bearbeitet Themen wie den Tod und die Liebe, die großen Dinge, die uns Menschen beschäftigen, eben in ihren Fantasy-Settings. Oder aber vor allem in ihren späteren Büchern verpackt sie auch gerne philosophische Fragestellungen in ihren Geschichten. Das macht sie sehr geschickt. Mir macht das große Freude, das so ein bisschen aus ihren Geschichten rauszulesen. Es sei aber auch gesagt an dieser Stelle, dass man ihre Bücher ganz einfach als spannende Fantasy-Story lesen kann, ohne großartig andere Dinge rauszulesen oder reinzuinterpretieren. Und auch damit wird man eine große Freude haben. Und als letzten Punkt wollte ich noch kurz erwähnen, dass einige der Bücher, die ich jetzt gleich vorstellen würde, Jugend-Fantasy-Bücher sind. Sie werden zumindest als solche vermarktet und verlegt. Jenny Manuillen wird von der Presse aber auch immer mal wieder als All-Ager-Autorin bezeichnet. Soll heißen, ihre Bücher sind für Leser aller Altersstufen von jugendlich an aufwärts geeignet. Und das möchte ich nochmal unterstreichen, denn für alle von euch, die eigentlich nicht so gerne Jugend-Fantasy lesen, Ich finde, ihre Bücher können trotzdem immer noch gut gelesen werden, auch wenn man sonst keine Jugend-Fantasy mag, weil sie so ganz frei sind von diesen Klischees und Tropes, die einen sonst so an Jugend-Fantasy vielleicht nerven. Und ja, das sei noch kurz dazu gesagt. Ich bin ja auch sonst jemand, die sich sehr schwer tut mit Jugend-Fantasy. Aber die Jugend-Fantasy von Jenny Manuillen kann ich immer noch gut lesen. Fangen wir also an mit dem Teil des Videos, in dem ich euch alle Werke von Jenny Manuillen im Schnelldurchlauf vorstellen werde. Ich werde euch einen kurzen Überblick über den Inhalt der Bücher geben. Vor allem werde ich euch aber auch darüber informieren, in was für Ausgaben ihr die Bücher heutzutage noch bekommen könnt. Das ist nämlich gar nicht immer so einfach. Ich mache das Ganze in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung, in der Hoffnung, dass ich da nichts durcheinander gebracht habe. Und ich denke, dann müssen wir anfangen mit dem Buch, was ich auch als erstes von ihr gelesen habe damals, nämlich Niura, das Erbe der Elfenkrone. Das ist damals bei CBT erschienen und glücklicherweise kriegt ihr das auch heute noch. Beim CBT-Verlag als Taschenbuch, als E-Book und sogar als Hörbuch, gelesen von Anna Thalbach. Allerdings, wenn ihr euch für die Taschenbuch- und E-Book-Ausgabe entscheidet, dann hat das Ganze ein neues Cover, das ich euch hier einblende. In dieser Geschichte hat ein unglaubliches Verbrechen den Frieden der Welt erschüttert, denn ein Mensch hat die Krone der Moor-Elfen gestohlen und sich selbst aufgezogen. Damit hat er sich durch die Magie der Krone den uneingeschränkten Gehorsam der Moor-Elfen gesichert. Und er ist nur noch aufzuhalten von einer einzigen Waffe, die geschmiedet ist aus der Krone der freien Elfen. Diese Waffe hat sich ausgerechnet Nil, eine junge Halb-Elfe, als Trägerin auserwählt. Das Drachentor bekommt ihr glücklicherweise auch noch bei CBT, allerdings wiederum auch mit einem neuen Cover, was ich euch auch wieder einblenden werde. In der Welt dieser Geschichte haben die Menschen Drachen gezähmt und unterworfen und setzen sie als Reit- und Lasttiere in ihren blutigen Schlachten ein. Doch dann befällt ein merkwürdiger Zauber die Wesen. Sie lösen sich in sogenannten Nebeltoren auf oder stürzen sich in den Tod. Und die Frage ist, wird Revin, der Junge, von dem es heißt, er habe das Herz eines Drachen, vielleicht derjenige sein, der es schafft, diese magischen Wesen vor dem Untergang zu bewahren? Rabenmond, der magische Bund, ist ein Buch, das ich in dieser Hardcover-Ausgabe von CBT habe. Allerdings kriegt ihr das nicht mehr beim Verlag. Zehn Jahre nach Erscheinen dieses Buchs sind die Rechte an die Autorin zurückgefallen und Jenny Maynoyen hat sich entschlossen, das Buch zu überarbeiten und mit neuem Cover neu rauszubringen. Tatsächlich war sie wohl mit einigen Punkten der Geschichte nicht ganz zufrieden und hat so ein paar Dinge nochmal an so ein paar Schrauben gedreht und das Ganze eben in neuer Form mit neuem selbstgestaltetem Cover bei Amazon rausgebracht, in einer Form, in der sie wirklich glücklich ist mit der Geschichte und auch mit einem neuen Titel. Der Titel der aktuellen Ausgabe, die ihr bei Amazon bekommt, lautet Winter mit Y. Tatsächlich ist das wohl ein Titel, den sie sich damals schon für diese Ausgabe gewünscht hätte, aber es war ein Titel, mit dem der Verlag nicht einverstanden war. Also, wenn ihr heute das Buch lesen wollt, würde ich auf jeden Fall die überarbeitete Version natürlich empfehlen. Der einzige Nachteil ist halt, dass ihr das nur bei Amazon bekommt. Diese Geschichte spielt in einer sehr kalten und düsteren Welt. In dieser Welt vollziehen die Herrscher immer dann, wenn der Rabenmond aufgeht, ein uraltes Ritual. Sie töten drei Tiere, um ihre Gestalt anzunehmen und dieses Ritual verleiht ihnen Macht und Unsterblichkeit. Es geht aber auch um zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, obwohl sie niemals zusammen sein können und es geht um die Frage, macht Liebe ungerecht und wie abgründig kann Liebe sein, ehe sie ins Gegenteil kippt. Kommen wir dann zu Nocturna, die Nacht der gestohlenen Schatten. Auch hier ist es so, genau wie bei Rabenmond, dass ihr diese Ausgabe im Buchhandel nicht mehr bekommt. Wenn ihr das Buch regulär und nicht gebraucht kaufen wollt, dann müsst ihr zu der E-Book-Ausgabe greifen, die die Autorin mit neuem Cover bei Amazon rausgebracht hat. Soweit ich weiß, ist das aber nicht so, wie Rabenmond umfangreich überarbeitet worden. Und es hat auch denselben Titel, es hat nur ein neues Cover, das ich übrigens auch sehr, sehr schön finde. Das hier ist eine Urban-Fantasy-Geschichte und sie handelt von den Nocturna, die den Menschen ihre Erinnerungen stehlen, um daraus die schönsten Bücher der Welt zu erschaffen. Doch dann gibt es da zwei Jungen, die entschlossen sind, sich ihre gestohlenen Geschichten zurückzuholen. Als nächstes kommen wir dann zu einer absoluten Ausnahme in dem Werk von Jenny Mainoyen, denn wir kommen zu einem Zweiteiler, der besteht aus Feenlicht Nummer 1 und Magierlicht Nummer 2. Nicht runterfallen. Die Sturmjäger von Aradon heißt dieser Zweiteiler. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er damals angekündigt worden oder ist diese Reihe angekündigt worden als Trilogie? Und dann hat sich Jenny Mainoyen doch entschlossen, mit dem zweiten Teil das Ganze schon abzuschließen. Es scheint wirklich so zu sein, als ob sie lieber Einzelbände schreibt und selbst wenn sie versucht, eine Trilogie zu schreiben, dann macht sie lieber zwei Bände draus. Sie ist darin eine große Ausnahme in der Landschaft der Fantasy-AutorInnen, die ja sonst gerne lange Reihen schreiben. Auch hier ist es so, dass ihr diese Bücher beim Verlag nicht mehr bekommt, dass Jenny Mainoyen das Ganze aber mit neuen Covern bei Amazon als E-Book rausgebracht hat. Übrigens scheint es mir auch so, als ob die Cover auch wieder von ihr gestaltet sind. Es sieht auf jeden Fall sehr nach ihrem Zeichenstil aus, denn was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass sie auch sehr gerne zeichnet und sehr wunderschön zeichnen kann. Und das Besondere an den Ausgaben von den Sturmjägern von Aradon war, dass sie einige ihrer Zeichnungen in den Büchern hinten aufgenommen haben. Also sie haben echt viele Seiten darauf verwendet, einige Zeichnungen von ihr hier reinzupacken. Ich hoffe sehr, dass die neuen E-Book-Ausgaben das auch noch haben. Diese Bücher sind von der Autorin selbst als Öko-Fantasy bezeichnet worden und sie sind Öko-Fantasy, die erschienen ist in einer Zeit, als es noch längst nicht so Mode war wie heutzutage, Öko-Fantasy zu schreiben. Ich habe in Erinnerung, dass es darum geht, dass dem Land gewissermaßen die Magie gestohlen wird und dass das so ein bisschen die Metapher war für uns Menschen, die wir dem Land und der Landschaft so die fossilen Ressourcen entziehen. Laut Klappentext spielt es auch in einer Welt, in der die Magier sehr viel Macht innehaben, denn sie sind die einzigen, die sogenannte Feenlichter erschaffen können, was magische Amulette sind, die die Menschen oder die Bewohner dieser Welt vor den Gefahren der Welt bewahren. Noir ist bei Rowold erschienen und glücklicherweise auch heute noch beim Verlag und damit auch im Buchhandel genau in der Form als Taschenbuch und E-Book erhältlich. Und Noir war für mich immer so ein Wendepunkt in dem Schaffen von Jenny Mainoujen. Es fühlte sich nach einem sehr, sehr anderen Buch an im Vergleich zu ihren vorherigen Werken. Es richtet sich an ein älteres Publikum, es ist bei einem neuen Verlag erschienen und es war vom Stil auch irgendwie ganz anders. Ich habe das als ein sehr mysteriöses, düsteres und enigmatisches Buch in Erinnerung. Es handelt von einem jungen Mann, der nach einem Unfall, bei dem seine Eltern sterben, mit einer einzigartigen, merkwürdigen Gabe zurückbleibt. Denn er kann den Tod jedes Menschen voraussehen, dem er begegnet, auch seinen eigenen. Und so weiß er, dass er mit 24 Jahren sterben wird und sein 24. Geburtstag rückt immer näher. Während dieser Geburtstag immer näher rückt, wird er also besessen von der Frage, wie man das Schicksal austricksen kann. Nacht ohne Namen wiederum ist bei DTV erschienen und glücklicherweise auch heute noch im Buchhandel erhältlich. In diesem Buch wendet sich Jenny Maynoyen wieder der Jugendfantasy zu. Es ist allerdings Urban Fantasy, keine High Fantasy. Und in dieser Geschichte decken die jungen Protagonisten eine gefährliche Parallelwelt auf, als sie entdecken, dass Dämonen existieren. Dämonen, die darauf aus sind, Menschen zu befallen. Und auch die Protagonistin Nikki selbst besitzt einen solchen Dämon, beziehungsweise ist von ihm besessen. Der Dämon Talis nämlich, der sie angeblich vor Gefahren beschützt. Bloß, wer schützt Nikki vor Talis? Das nächste Buch fällt auch etwas aus der Reihe, was die Werke von Jenny Maynoyen angeht, denn es ist ein Thriller. Hardware ist ein Buch, das ich jahrelang tatsächlich nicht gelesen habe und bei Erscheinen mehr oder weniger ignoriert habe. Einfach nur, weil es ein Thriller war und kein Fantasy-Roman, was mir im Nachhinein ganz unmöglich erscheint. Und letztes Jahr habe ich es endlich nachgeholt, mir das Ganze gebraucht gekauft. Deswegen hatte es leider auch diese Macken auf dem Cover und habe es doch noch gelesen. Und nach dem Lesen kann ich sagen, es wird zwar vom Verlag von Rowold als Thriller vermarktet, es gibt aber durchaus Argumentationsgrundlage dafür, dass es auch Science-Fiction sein könnte. Und damit bleiben wir doch im Fantastic-Bereich. Dieses Buch, so scheint mir, gibt es im Buchhandel nur noch als E-Book, aber zumindest noch als E-Book. Es handelt von einem jungen Mann namens Adam Eli, der sich so durchs Leben durchschlägt als Ghostwriter von Abschlussarbeiten von verzweifelten Studierenden und er versucht, seine kriminelle Jugend zu vergessen. Dann reißt ihn jedoch ein Ereignis aus seinem Alltag und wirft ihn zurück in die Vergangenheit, denn jemand möchte ihn dafür engagieren, seine alte Jugendliebe, Vilenya, zu entdecken. Vilenya, die er heimlich bis heute liebt, obwohl er versucht hat, sie zu vergessen. Und er muss feststellen, dass Vilenya bis über beide Ohren in Schwierigkeiten steckt und ihn mit in diese Schwierigkeiten reißt, als er versucht, sie zu finden. Was das für Schwierigkeiten sind, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen und ich möchte an dieser Stelle auch einmal kurz den Tipp geben, nicht den Klappentext zu lesen, denn ich finde, der Klappentext verrät ein bisschen zu viel. Die Töchter von Ilian ist glücklicherweise auch immer noch im Buchhandel erhältlich. Bei Fischer Tor erschienen ist es das erste Mal, dass Jenny Maynoyen High Fantasy für Erwachsene geschrieben hat, beziehungsweise dass ihre High Fantasy auch wirklich für Erwachsene veröffentlicht und vermarktet wird. Es spielt in einer Welt, in der es vier magische Artefakte gibt, nämlich einen Becher, um die Vergangenheit zu bewahren, eine Flöte, um mit Tieren zu sprechen, ein Spiegel, um sich selbst zu erkennen und eine Sternenscheibe, um die Zukunft zu sehen. Und die weisen Frauen, die einst friedlich mit diesen Artefakten regierten, sind in die Wälder geflüchtet und die Artefakte sind verschollen. Stattdessen herrschen Kriegsfürsten über die Menschen, Elfen und Zwerge. Aber die Zeit ist gekommen, dass die Töchter aller Völker sich erheben, um die Macht zurückzugewinnen, so wie es der Klappentext sagt. Im letzten Jahr, das heißt 2021, hat Jenny Manuel gleich zwei neue Bücher rausgebracht. Und eines davon war Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen, was wieder bei CBT erschienen ist und natürlich auch noch im Buchhandel erhältlich ist. Das hier ist wieder High Fantasy oder auch Elfen Fantasy, wie der Verlag es nennt. Und in dieser Welt gibt es eine menschliche Königsfamilie, die eine besondere Gabe hat. Alle Nachfahren der Königslinie haben diese Gabe. Und zwar gibt es einen großen magischen Kessel, aus dem Nebelschwaden aufsteigen und die Nachfahren der Königsfamilie können aus diesem Nebel Geschöpfe schöpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Einhörner, Wehrkatzen oder vielleicht sogar Drachen. Diese Macht sichert ihnen auch ihre Regentschaft. Der Vater der Prinzessin Kanemo hat es leider aber nie geschafft, Drachen zu schöpfen, sodass seine Regierung geschwächt ist und sodass es einer Rebellion aus Menschen und Elfen gelingt, seine Herrschaft zu stürzen. Aber letztendlich fragt man sich, ob die Rebellenfürsten vielleicht genauso korrupt und machthungrig sind wie die ehemalige Königsfamilie und Kanemo, die entmachtete Prinzessin, die fernab von allem in einem Kloster aufwächst, fragt sich, ob sie es schaffen könnte, den Thron zurückzugewinnen, wenn sie nur so kalt wie Schnee und hart wie Eisen werden kann. Und das andere Buch, das Jenny Maynoyen gegen Ende 2021 veröffentlicht hat und damit zum Zeitpunkt, wenn ich dieses Video drehe, das neueste und aktuellste Werk von ihr ist das Zeitalter der Drachen, was wieder bei Fischertor erschienen ist. Und auch das gibt es natürlich aktuell noch im Buchhandel. Das hier ist wieder mal ziemlich klassische High Fantasy. Diese Welt befindet sich im Zeitalter der Drachen, weil Menschen, Elfen und Zwerge in ständiger Angst vor den Drachen leben müssen. Die Drachen beherrschen die Welt, weil sie so viel mächtiger und stärker sind und Menschen, Elfen und Zwerge fressen. Und die Völker haben unterschiedliche Arten und Wege gefunden, mit dieser Gefahr umzugehen. Die Zwerge beispielsweise, denn wir folgen vor allem einer jungen Zwergenfrau, die leben in unterirdischen Festungen, um sich dort in Sicherheit zu bringen, vor den Drachen. Aber dann kommt der Tag, an dem die junge Zwergenfrau Nereka einem wahrhaftigen Drachen gegenübersteht und herausfindet, was es mit den Drachen wirklich auf sich hat, wo sie herkommen und was sie wirklich sind. Der Vollständigkeit halber seien dann noch ein paar Anthologien erwähnt, in denen Jenny Maynoyen vertreten ist. Da gibt es zum Beispiel die Kurzgeschichten-Anthologie Anderswelt, die im Verlag Edition Roter Drache erschienen ist. Ich muss leider sagen, dass ich insgesamt diese Sammlung nicht unbedingt empfehlen würde, weil ich die doch dann relativ enttäuschend fand im Großen und Ganzen. Ein bisschen zu wenig Geschichten, die mich wirklich begeistern konnten darin. Aber die Geschichte Pascal entscheidet von Jenny Maynoyen gehört auf jeden Fall zu den besseren Kurzgeschichten hier drin. Und was auch noch erwähnt werden sollte, ist, dass Jenny Maynoyen auch gerne Lyrik schreibt, obwohl sie noch nie einen Lyrikband veröffentlicht hat. Ich habe sie mal auf Instagram gefragt, ob wir jemals mal einen Lyrikband von ihr kriegen werden. Und da hat sie was geantwortet nach dem Motto, das wäre eigentlich ihr großer Traum. Also ich hoffe immer noch auf einen Gedichtband von Jenny Maynoyen in der Zukunft. Bis dahin gibt es zumindest zwei Anthologien, in denen sie vertreten ist mit, ich weiß nicht genau, vielleicht ein bis drei Gedichten. Ich muss gestehen, dass ich diese Lyrik-Anthologien tatsächlich nicht gelesen habe. Aber das ist zum einen Lyrik von jetzt, was als E-Book noch im Buchhandel zu kriegen ist. Und die Sammlung I love you, I don't love you, was leider nicht mehr im Buchhandel zu kriegen ist. Aber da ist sie mit, ich weiß nicht genau, ein bis drei Gedichten drin vertreten. Dann bleibt noch die große Frage, was kommt als nächstes von Jenny Maynoyen? Und da möchte ich kurz erzählen, dass sie ihre Fans ziemlich in Aufruhr versetzt hat mit einer Aussage auf Instagram, wo sie gesagt hat, das Zeitalter der Drachen sei ihr letzter Fantasy-Roman gewesen. Ich war sehr geschockt davon und viele andere, glaube ich, auch, weswegen sie nochmal ein bisschen zurückgerudert hat und dann gesagt hat, hey Leute, ich bin doch eine Melodramatikerin und manchmal muss ich einfach mit Dingen abschließen. Das klang ein bisschen so, als wollte sie sagen, man dürfte ihre Worte da nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber anscheinend möchte sie der Fantasy zumindest vorzeitig den Rücken kehren und sich ausprobieren, neue Dinge ausprobieren. Denn sie hat angekündigt, dass 2022 ein neues Experiment rauskommen wird, nämlich ein Roman, der im weitesten Sinne als magischer Realismus bezeichnet werden kann. Darauf bin ich sehr gespannt, denn falls ihr meinen Kanal ein bisschen kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich großer, großer Fan bin vom magischen Realismus. Und wenn Jenny Maynoyen magischen Realismus schreibt, dann kann das nur großartig werden. Also ich freue mich sehr darauf, dazu mehr Infos zu kriegen. Leider gibt es da noch keine Infos zu, aber darauf freue ich mich sehr. Okay, dann habe ich versprochen, dass ich euch erzähle, was meine fünf Lieblingsbücher von Jenny Maynoyen sind. Und da ist allen voran zu nennen Ni Jura, eins meiner größten Lieblingsbücher überhaupt. Ihr müsst ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil diesen frühen Werken von ihr, die habe ich als Teenager vor über zehn Jahren gelesen. Und vielleicht müsste ich es nochmal re-readen, um zu sehen, wie es mir heute gefällt. Aber ich glaube, allein aus Nostalgiegründen werden das immer Lieblingsbücher von mir bleiben. Also allen voran Ni Jura. Und dann aber auch Rabenmond, was ihr eben heute noch als Wünter kaufen könnt. Und Nocturna. Das sind so meine drei Lieblinge von Jenny Maynoyen aus Jugendtagen, sage ich mal. Und lange Zeit habe ich das immer so als ihr, als das Herz ihres Werks und ihres Schaffens betrachtet. Es ist ja so, dass ich dann all die Jahre lang alle ihre Veröffentlichungen gelesen habe und auch alles gerne mochte, dass aber trotzdem nichts jemals so ganz an diese drei heranreichen konnten. Dass das immer so das Nonplusultra für mich war, was Jenny Maynoyens Bücher angeht. Bis im letzten Jahr dann Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen rauskam. Das würde ich gern als viertes Lieblingsbuch von Jenny Maynoyen nennen. Denn das konnte mich auch nochmal so richtig begeistern. Das hatte auch so eine ganz eigene Atmosphäre. Also das fand ich wirklich klasse. Und überraschenderweise mein Platz Nummer 5. Was die Lieblingsbücher angeht, ist tatsächlich Hardware. Der eine Titel, der Thriller oder vielleicht Science Fiction ist. Weil das echt eine runde Sache war. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Das hat großen Spaß gemacht. Es geht auch um das Thema künstliche Intelligenz, was ich glaube ich eben ausgespart habe. Was ich sowieso immer spannend finde und von ihr sehr klug und gut behandelt fand in diesem Buch. Und das wären so meine fünf Lieblinge. Wenn es also darum geht, welche Bücher ich als Einstieg in ihr Werk empfehlen würde, dann würde ich auch hier gerne Ni Jura, das Erbe der Elfenkrone, erwähnen. Denn das war ein großer Bestseller. Dieses Buch ist in zehn Sprachen oder vielleicht sogar über zehn Sprachen übersetzt worden. Und mein Eindruck ist, dass das somit eins ihrer erfolgreichsten und beliebtesten Bücher war. Letztendlich ist es auch das Buch, das dafür gesorgt hat, dass ich mich lebenslänglich in das Werk von Jenny Manuillen verliebe. Und ich glaube, das ist wirklich kein schlechter Einstiegspunkt. Wenn ihr aber etwas Aktuelleres lesen möchtet, dann würde ich Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen erwähnen. Denn das ist ein Buch aus dem letzten Jahr, noch eine frische Neuerscheinung, die wie gesagt mich nochmal sehr, sehr begeistern konnte. Und falls ihr sagt, Jugendfantasy ist wirklich so gar nicht mein Ding. Wie gesagt, ich finde Jenny Manuillen schreibt Jugendfantasy, die sich sehr erwachsen anfühlt, die man auch dann noch lesen kann, wenn man sonst Jugendfantasy nicht so mag. Aber falls das wirklich ein rotes Tuch für euch ist und gar nicht geht, dann würde ich gerne das Zeitalter der Drachen als Einstieg empfehlen, als Erwachsenenfantasy. Denn das ist auch eine ganz frisch erschienene Neuerscheinung. Und es ist sehr repräsentativ, finde ich, für die High-Fantasy-Welten, für die magischen Geschichten, die sie ersinnt und erzählt. Und es ist nicht ganz so dick wie manch anderes Buch. Es ist als ein leichter, repräsentativer Einstieg in ihr Werk, glaube ich, auch eine gute Empfehlung. Puh, das war mein Autorinnen-Spotlight-Video zu Jenny Manuillen. Ich hoffe, ich bin ihr und ihren Büchern einigermaßen gerecht geworden. Und mich würde wahnsinnig interessieren, falls ihr nicht schon in die Tastatur gehackt habt, dann macht das bitte jetzt und erzählt mir mal, kanntet ihr Jenny Manuillen schon? Seid ihr auch Jenny Manuillen-Fan? Können wir uns zusammen in unserem Fangirl- und Fanboy-Dasein ein bisschen hochschaukeln in den Kommentaren? Da bin ich immer dafür. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder ist sie vielleicht für euch noch ganz unbekannt? Kanntet ihr den Namen noch gar nicht? Konnte ich euch ein bisschen neugierig machen. Also ich wäre sehr gespannt, was da eure Rückmeldungen sind in den Kommentaren. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald in einem neuen Video. Bis dann! Bis dann!